Was macht Falk besonders? Das Team. Wir sind ein richtiges Team. Allein, dass wir diesen Workshop hier machen, dass Falk sich die Zeit nimmt und sagt, wir holen unsere Führungskräfte zusammen und wir durchleuchten uns, reflektieren uns als Falk, durchleuchten die Führungskräfte und gucken, was können wir besser machen. Ich glaube, deshalb ist der Fokus für mich, wir müssen mehr in die Richtung denken, dass wir Dienstleister unserer Mitarbeiter sind. Extrem viel Herzblut im Raum, extrem viel Engagement und tatsächlich der Wille, auch Ergebnisse zu bringen und das ist super. Dass wir eine Führungsmannschaft haben, die voller Energie ist, die total Bock darauf hat, Dinge zu verändern, Dinge voranzutreiben und der Spirit und diese Energie, die die letzten zwei Tage in dem Raum geflossen sind, das ist einfach nur faszinierend und mitreißend. Ein ganz wichtiger Faktor ist ja, dass wir insgesamt alle mit allen gleich umgehen, dass wir immer mit den gleichen Herangehensweisen den gleichen Verbindlichkeiten, der gleichen Transparenz auch gegenüber dem Mitarbeiter die nötige Informationen weitergeben, den nötigen Respekt, die notwendige Wertschätzung, die er braucht und am Ende, dass das so beiträgt, dass wir bei Falken attraktiver Arbeitgeber sind.